Oder warte... Ah! Mäp mäp! Mäp mäp! Ich mache keinen Cup, Leute! Nein, das könnt ihr jetzt getrost vergessen! Nein, nein, nein! Denn wir kommen weiter! Hallo! Das kommt davon. Nie zu lange abhängen. Sonst vergammelt man. Huuu! Gammelfleisch-Skandal! Was ist das denn hier? Achso, das kann ich anzünden. Nicht anzünden. Hm. Gut. Gut. Dann gehen wir mal noch dort hinten weiter. Ich bin ein bisschen verschnüpft. Oh. Das sieht nicht freundlich aus. Ah. Egal. Sind wir mal so naiv, wie Abenteurer halt sind und drehen dran. Drehen, drehen. Dreimal gedreht und... Der Mund geht zu. Das Wasser fließt nicht mehr. Kommen Feinde? Nein. Wir haben aber kein Licht. Doch, jetzt kommen doch bestimmt Feinde. Wieso bewegt sich das Zeug jetzt? Light the locks that are all wet. Achso, okay. Jetzt brauchen wir aber... Ah, wieder so dunkel hier. So. Nochmal Feuer. Nochmal Licht. So. Dann können wir das jetzt anzünden. Ah, das sind die Locks. Okay, wir müssen dreimal drehen. Solve the riddle of the ancient. So, soll... War das hier jetzt nochmal? Nein, das haben wir jetzt schon benutzt. Okay. Das heißt, wir müssen dann doch hier weit... Achso, ja. Jetzt kommen wir da rüber. Wieso darf das jetzt hier auf einmal brennen? Mano. Ah, ja. Das sieht nicht gesund aus. So. Wo können wir hier etwas drehen? Drehen, 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 drehen. Wir müssen doch da rüber. Wenn ich da so runtergehe, sterbe ich doch bestimmt. Hm. So, schauen wir uns das nochmal an. Light a fire in shadow. Okay. Wir müssen ein Licht machen. Wobei wir noch nicht sehen. Genau wo. Irgendwo im Schatten. Across the chasm thread. Das ist das, wovor wir gerade wahrscheinlich stehen. Clear the path all ahead. Wie wär's damit? Na, etwas warten? Verdammt. Auch nicht. Feuer anmachen in der Dunkelheit. In the shadows. Oh, vielleicht ist das zu dunkel. Ich will's ja nicht hoffen. Verdammt. Okay, darum hat er das Feuer jetzt hierhin gemacht. Weil wir hier irgendwo etwas... flambieren sollen. Irgendetwas. Ah, ist das Öl? Was ist das Öl? Anscheinend nicht. Na, gut. Nächster Versuch. Wir haben ja Zeit. Wir müssen ja keinen retten oder so, ne? Ah. Ah, da ist es grün. Oh. Oh. Stell dich mal da drauf. Ah. Oh. Du bleibst bitte darauf stehen. Oh, fuck off. Na, danke. Wow. Ich springe mal eben rüber. Jawohl. Oder so. Buffen. Ist auch schön. So. Sonst noch jemand? Nein. Gut. Da knistert das unten noch so ein bisschen, ne? Also, dreimal drehen. Einmal. Zweimal. Dreimal. Wow. Das ist mein Handy. Oh. Meine Freundin hat gerade geschrieben. Tut mir leid, dass das jetzt gerade so ein bisschen klingelt. Aber bei mir dauert das ein bisschen. Bis das weg ist. So. Meine Freundin hat sich gestern ganz frisch mit mir zusammen The Binding of Isaac geholt. Und wir erfreuen uns gerade sehr daran. Aber... Ich weiß gerade nicht, wie man davon ein Let's Play macht. Guck mal, ein Hebel. Darum wird das bisher auch noch nicht als Let's Play gemacht. Vielleicht irgendwann später. Ach so. Dann kann der mitkommen. Das ist gut. So. Jetzt habe ich, Idiot, natürlich nicht aufgepasst, wo das jetzt aufgegangen ist. Ach so. Jetzt wird das Wasser wahrscheinlich abgelassen. Oh. Du. Das hast du davon. Ja, das Wasser wird abgelassen. Sehr schön. Und das Wasser sinkt immer noch. Wie tief sinkt das denn? Weiter wahrscheinlich nicht mehr. Oh Gott. Nun gut. Hier kommen jetzt wahrscheinlich noch mehr Skelette. Nein. Noch mehr Skelette. Äh, wir haben wieder kein Licht. Äh. Pfeile, komm da dran. Ach, verdammt. Na gut. Dann laufen wir jetzt einfach mal wieder in die Feinde rein. Nicht, wo du gehst. Wie alt. Wow. La la la. Hier ist wieder irgendwas. Du kannst mich später bedanken. Bestellt sich doch gerade wieder. Hä? Da ist Licht angegangen. Okay. Oh boy. Ja, ist gut. Du bist ziemlich big as ugly. Was hättest du davon, wenn Caddo sich um dich kümmert? Ich bin nur eine Frau, ich muss mich um den Fernkampf kümmern. Was du wolltest? Auf damit du. Wow. Habt da, der steht von dir wieder auf, steht da was Neues? Nein, steht nicht. Sehr gut. Caddo, pfeil das an die Seite. Schon wieder? Ich bin auf. Nun gut. Mach das. Mach auf. Du dicker fetter Klos, du. Hopp. An die Arbeit. Pfeil das. Na los. Wow. Genau. Ich bin auf. Ich bin auf. Ja, ich bin auf. Gut. Ja, so ein bisschen. Äh. Oder wahrscheinlich haben die das Event einfach nicht zurückgesetzt. Versuch, das zu移ern. Genau. Ich weiß es nicht, aber der Caddo will es gerade nicht machen. Ich hoffe, dass das für mich jetzt nicht verbuggt ist. So, auf jeden Fall kommen wir jetzt hier runter. Das war ja eigentlich unsere Idee bei dem Ganzen. Aha. So, jetzt kommen wir hier runter. Das, was wir gerade gesehen haben. So. Was spritzelt da so vorne dran? Das ist kein Feuer. Hm. Da kommen wir durch. Das Wasser geht nicht noch tiefer. Okay, dann schauen wir mal. Oh, das heißt doch eigentlich immer Ladies first. Caddo, Caddo, Caddo. Ah. Ich muss mich an dieser Stelle entschuldigen, wenn das für euch zu dunkel ist. Ich werde das eventuell in Nachbearbeitung ein bisschen aufhellen, damit ihr mehr sehen könnt. Weil man sieht schon recht wenig. Ich weiß nicht, ob ich mich wieder erschrocken kann. Aber es ist schon wieder vergangen. Gut. Das heißt, es kommen wieder solche Viecher. Ja, und Caddo hat sich die Waffe geholt. Was auch immer das jetzt war. So, damit hätten wir dieses Rätsel auch gelöst. Das war relativ kurz. Yeah! 15.000 Goldmünzen! Das gefällt mir nicht. Aber das sieht schön aus. Oh boy! Ich glaube, dass du ein Augenblick auf diesen Späder stehst. Nein! Ich würde lieber das verdammte Ding auf uns schlafen lassen. Sarkasmus ist was Schönes. Oh boy! Wo geht's hier lang? Geht's einfach schneller nach oben? Das geht nicht kaputt, oder? Gut. Aufmachen. Mitnehmen. Der fünfte Kristall! Oh boy! Oh boy! Gut. Das heißt, das Rätsel haben wir damit auch jetzt gelöst. Aber irgendwie kam mir das nicht wie das eine Rätsel vor, von dem wir auf der einen Tafel gelesen hatten. Ah. Oder? Hotheads. Bull before the eldest God. Wie kann ich mich denn verbeugen? Huh, 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 huh! Okay. Okay. Das ist ein Licht Schein Feuer. Er hat Feuer. Das heißt, ich brauche ihn dafür. Okay. Mir fällt jetzt glab... Ach so, nee. Oh, ich hab kein Mana mit ihm. Das ist doof. Versuch, das Feuer auf Feuer. Hä? Was denn? Für dich? Anything. Das Feuer ist doof. Das Feuer ist doof. Ja, okay. Ach so, dann kann sie da das Feuer herholen. Okay. Jetzt hat sie Feuer. Jetzt kann ich mich wieder hier hinstellen und doof gucken. Wo soll die das Feuer hinschießen? Ach, da! Ich bin sicher, die richtige Reihenfolge. Ah! Ah! Verstehe. Hast du noch Feuer? Sehr schön. Okay, das heißt... Ich verstehe. Verstehe. Verstehe das Feuer an. Verstehe das Feuer an. Wir müssen das Feuer anzünden, und zwar in der Reihenfolge, in der das Licht scheint. Das heißt, als nächstes kriegt dieser Kopf das ab. Start ein Feuer da, Frau. Ich bin sicher, bevor du eine Entschuldigung hast. Schossen. Dann geht's zu dem hin. Versuch, das Feuer zu setzen. Für dich? Alles. Hm. Sehr schön. Jetzt hat sie kein Feuer mehr. Komm her. Für dich? Alles. Dann wird das angezündet. Sehr schön. Und dann geht es zu dem hier hinten. Geht's da noch weiter? Nein, aber dann geht das hier auf. Now! Du bist da.